Sie befinden sich hier am Eingang zur Schuldfabrik und haben die Gelegenheit, noch etwas loszuwerden. Und Sie? Haben Sie eine Putzfrau? Würden Sie mich anstellen? Was ist mit Ihnen? Haben Sie Schulden? Gehen Sie mal auf Kabine 1. As you might have seen, the liquid is pumped out of the patients and drained away into this container. Normally it goes to a biohazard waste container, but for this project Julian Hatzel has found a way of upcycling the waste material. Together with a team of legal advisors, lawyers and a colleague, he found a legal framework of upcycling the fat. Anselm ist mehr als ein Produkt. Es ist eine Idee. Und diese Idee ist eine Transformation. Mankind can tackle all of the problems in the world today, because mankind has the power of Transformation. Alla Vielen Dank.